Hey Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft-Video! Was geht? Leute, wo sind wir? Warum bin ich auf einmal so klein? Leute, ich bin einfach komplett geschrumpft. Ich bin richtig, richtig klein. Hä? Bin ich denn hier? Jo, hier gibt es so ein Verkauf. Was? Ah! Leute, wo bin ich gelandet? Warum bin ich hier so klein? Leute, wie komme ich hier raus? Hallo? Hallo, Junge? Ah, die drei Dichter wachsen aus. Ich glaube, ich bin die Kleine damit. Leute, nein! Der will mich essen, Alter! Was ist da los? Hey, hau dich ab, Mann! Warum steht da ein Grill? Hilfe! Ich will nicht gegrillt werden. Alter, ich komme hier nicht raus aus dem Gehege. Hey Leute, ein bisschen was hier raus geht, bitte! Ich habe noch ein bisschen Ton dabei. Warte mal. Oh, oh! Ey, das sieht gar nicht gut aus. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier wegkomme. Das ist einfach... Alpha, der will mich hier aufessen bestimmt! Alpha, geh weg! Alpha! Die Erwachsene, können wir zur Seite gehen. Komm her, ins Herd, da, du mit dem roten Kopf. Komm! Ich mag dich aus, ich habe so Angst. Komm, ich habe dich gekauft jetzt für zwei Diamanten. Oh mein Gott, ich habe einen guten Fund hier. Da ist was. Guck mal, siehst du das Gerät hier? Ja? Das ist dein guter Freund. Wenn du mal erwachsen bist, wirst du den kennenlernen. Was? Hey, ich bin ja... Alpha, wann werde ich erwachsen? Warum bin ich auf einmal so klein? Komm mit, du kleine Ente. Hey, jung Alpha! Das wäre auch wieder zu jung, weil ich habe keine Ahnung, so lange zu warten. Alter, Leute. Das heißt, ich werde erwachsen in Markschaft, oder was? Ich habe das Gefühl, das ist so mein Leben, oder was? Ich habe auch einen Stall für dich zu Hause, da kannst du leben. Wann? Alpha hat mich einfach gekauft, Leute. Das heißt, ich muss jetzt mal Alpha wohnen. Ich kann ja gar nicht in mein Haus rücken, weil ich bin klein. Ich kann ja gar kein Haus besitzen, weil ich ein Baby bin. Also hier in Minecraft. Verfolgt mir, du kriegst jetzt dein eigenes Raum, sogar mit... Oha, Leute, haben wir das gehört? Ja, du möchtest dich überstaunen. Ich kriege einfach meinen eigenen Raum. Oha, ein Eifer im Haus, als sie. Wie herzlich. Ich finde dich auch gut füttern, dass du schön erwachsen wirst, viele Muskeln kriegst und sowas. Ja, aber Leute, ich werde dir dann hoffentlich größer. Ich bin die ganze Zeit so klein. Ich mag nicht so mini bleiben. Los, hier ist dein Zimmer. Hey, ich muss draußen wohnen. Alter, was soll der Scheiß? Hey, ist doch nice. Frische Luft. Hey, Junge. Guck mal, du hast das Dach, wenn Regeln kommt, komme ich alles durch. Hey, wenn du reinkommst, muss ich die ganze Zeit hier drunter stehen, so. Ja, geht schon, geht schon. Ja, dann verziehe ich mich in den Pool. Oha, aber Leute, ich merke irgendwie schon, ich glaube, ich wachse ja schon. Oha, Leute, ich bin schon ein bisschen gewachsen. Ihr seht es hier, mein Körper ist echt schon größer geworden. Loin, was macht Alpha da? Hey, Alpha, was geht? Loin, oha, wie viel Zeit ist schon umgegangen? Ich weiß nicht, paar Minuten, aber ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, vielleicht hast du mir... Gute Ente, gute Ente, zeig, kann ich dir endlich mal die Stadt vorstellen? Bist du, weil du bist ja älter, das Stadtleben beginnt. Echt? Ah, wir haben ja gerade kein Auto, müssen wir zu Fuß gehen. Ja, Mann, hey, was müssen wir alles zeigen? Hey, komm, folg mir erst mal. Ja, ja, ich folge dir einfach, aber wohin denn? Alter, Leute, ich bin schon viel größer geworden, ich kann jetzt auch viel schneller laufen auf einmal. Okay, das heißt, ich habe den neuen Lebensabstand freigeschaltet. Ich bin jetzt wohl so ein bisschen älter geworden. Und was geht? Hier, guck mal, hier kann man, glaube ich, Enten schmücken. Ich glaube, hier gibt es doch irgendwo Entenkostüme. Oh, hier gibt es Klamotten, Alter, wie nice. Ich glaube, das hier ist gut für Ente. Warte, nehmen wir mal... Was, hier? Oh, ich habe ein Eisack gebaut. Wir können hier Ente schmücken. Hier, ziehen wir das hier an. Ja, gib mal her. Ey, das ist aber rosa. Egal, das ist ein Kennzeichen. Falls ich dich als Ente verliere, finde ich dich wieder. Ey, was für was denn? Achso, okay. Der Spielzeugladen. Oha. Oha, Alter, das ist der Spielzeugladen. Hä, brauchen wir eigentlich einen Babywagen für Ente? Ich glaube nicht, oder? Ja, doch, das ist so ein Bollerwagen. Der wäre cool. Bitte, lass mich den kaufen. Aber egal, man kann sich nicht da reinsetzen. Es ist nur Deko. Nee, Mann, es geht nicht. Aber trotzdem, ich will irgendwas mitnehmen. Bitte, bitte, bitte. Ja, komm mit. Ich zeige dir deine Zukunft, wo du arbeiten möchtest. Hä, echt? Wo? Ich muss da arbeiten. Und mit das hier. Und da bist du auch ganz beliebt in diesem Leben. Hä, echt jetzt? Ich arbeite da. Wenn du mal erwachsen wirst, wirst du hier vielen Leuten Gutes tun. Echt jetzt? Ich werde arbeiten am Elkast und Döner machen, oder was? Ähm, da fahren wir schon den Pedro. Echt? Hä, was mache ich da an? Arbeit ich im Lager? Ähm, ja, darüber müssen wir doch nicht reden. Oh, da mache ich die Buchhaltung. Echt jetzt? Okay? Ja, aber, ja, gucken wir mal. Der von dem Markt, das ist ja auch ganz beliebt. Echt jetzt im Markt auch? Also, ich bin mal so gespannt. Ey, Leute, ich will unbedingt erwachsen werden. Aber man muss ja ganz erwachsen sein, ne? Du bist ja auch zu klein. Du brauchst ja erstmal mehr Fleisch und so. Hä, für was denn? Hä, für was mehr Fleisch? Was ist denn da? Ich habe keine Salami dabei. Ich habe kein Salami-Brot, Junge. Ja, du brauchst mehr Muskeln. Wie ist das? Hä? Leute, was will der von mir? Ich habe keine Ahnung, was bei Alfa abgeht. Oha, hier ist ein Zoll. Hier dürfen wir, glaube ich, Enten nicht hin. Äh, bitte darf ich hier nicht hin? Ich habe hier noch eine Ente aus dem Ausland mitgenommen. Hä, Leute, ich weiß nicht, was Alfa von mir will. Der ist richtig komisch. Ich weiß aber nicht, weil ich wieder wachse. Ich bin immer noch ein bisschen klein. Hä, warte mal, Leute. Ich spüre wieder irgendwas. Irgendwas. Und ich glaube, ich werde wieder größer. Leute, ich bin einfach fast erwachsen. Gebt euch das mal, wie groß ich geworden bin. Alfa, was geht? Ich bin größer geworden. Oha. Junge, ich bin einfach fast erwachsen. Ich bin fast so groß wie du. Oha, du bist reif. Hä, du nicht ganz. Guck mal, ich bin noch nicht so groß wie du. Ich muss noch mal Gerät testen, ob es noch funktioniert. Hä, für was? Ist das ein Deo oder was? Ich glaube, Petro, wird es gefallen, das Gerät. Hä, was wollt ihr? Ich verstehe gar nicht, was Alfa von mir will. Und ich könnte... Also wisst ihr schon, was Alfa... Was? Warum hat Alfa so komisch einen Deo-Roller dabei? Aber jetzt im Moment, du bist schon erwachsen geworden. Ja, ich komme doch, Alter. Ich bin doch nicht fast. Ich bin doch jugendlich, Alter. Ich bin doch nicht erwachsen, Minecraft. Wir können ja schon mal testen, ob das Gerät funktioniert. Hä, wollen wir eine Grillparty machen, oder was? Ja, so ungefähr. Geh mal kurz so drauf. Hä, warum denn? Soll ich die Grilltest? Du müsst Betriebtest machen. Ist das irgendwas kaputt, oder was? Ich weiß noch nicht, wie so ein Ding... Au! Äh, okay, funktioniert irgendwie nicht. Hä? Jure, natürlich geht es nicht. Was ist da kaputt? Hä, wie ist da der Kuh reingekommen? Ich weiß nicht. Also, sollen wir die auch mitnehmen? Äh, vielleicht? Dann können wir Kalbdöner machen und Chickendöner. Hä? Was, was sind Chickendöner? Äh, nix, äh... Können wir nicht wieder zu dir nach Hause gehen? Ja, komm. So, wir nehmen die mit. Das ist Doppeltage-Win. Echt, Leute, ich weiß echt nicht, was bei Alfa abnimmt, was du da vor hast. Ich weiß nicht, der will eben Döner essen gehen, oder so. Ich hab auch voll Bock auf Döner, aber irgendwas hat der vor, Alter. Alfa, komm, jetzt los. Ich muss größer werden. Ja, ich muss viel Gewinn machen hier. Ich bin Bauer in der Stadt. Hey, du bist Bauer, oder was? Was pflanzt du an? Äh, äh, Chicken-Duggets. Was? Hä? Chicken-Duggets, die wachsen in Boden, oder was? Ja, ja. Ey, Leute, irgendwas stimmt halt echt nicht mit Alfa. Ich weiß nicht, was mit dem abgehen, was bei dem los ist. Mann, die Kuh, die ist so langsam, Mann. Ja, Mann, Alter, dann werde ich ja schon früher wachsen, bevor wir überhaupt da sind. Die Kuh ist jetzt schon längst fertig. Könnte man eigentlich schon zu Pedro rüberbringen? So, chillt die dann bei Pedro und feiert mit dem, oder was? Ja, du mal. Mann, die kommt jetzt auch in deinem Kiefig. Die kommt mit dir. Echt? Hä? Ich meine dein Zimmer, nicht Kiefig. Äh, mein Zimmer. Ja, Mann. Ey, warte, das ist eine Kiste. Lol. Hä? Oha. Lol, da sind Loot-Cases drin, wie viele einfach. Aha, du bist erwachsen geworden, deswegen darfst du sie jetzt nehmen. Ach so, ich bin älter geworden, deswegen darf ich jetzt Loot-Cases aufmachen. Ja, Mann. Okay, warte, ich mach die auf. Vielleicht bin ich dann am Ende erwachsen. So, was kriegen wir alles raus? Stopp, Alter, ich kriege noch Crab raus. Oha, Alter. Da kann man deine Kiegel schicken, da gibt es eine Pflanze hin. Oh Mann, das geht nicht, aber ich will das unbedingt sehen, wie du das machst. Bitte, zeig mir das mal. Ja, willst du auch sehen, dein Leben. Oha, ein starkes Schwert, Leute. Warte mal, jetzt brauche ich mal den Baum damit ab. Oha, wie schnell das einfach geht. Nice, ich mach mal die weiteren Kisten auf. Weil ich darf das jetzt aufmachen, weil ich alt genug bin, der Herr Minecraft. Ah, ein dritter Schwert. Okay, weiter. Was ist da drin? Wie kriege ich noch Crab raus? Ich habe auch nicht so gute Sachen, Mann. Das könnte eigentlich schon besser gehen. Ja, Mann, Alter, ey, aber wie tauchst du die ganzen Loot-Cases? Mit welchem Geld? Wie verdienst du dein Geld hier? Ja, zeige ich dir doch gleich. Echt, denn du zeigst mir das dann? Ja, Oha, ich habe den Samurai-Helm. Oha, Samurai-Brustplatte und Wikinger-Brustplatte. Ey, guck mal, ich kann sogar fliegen, Alter. Oha, du hast schon fliegen gelernt, Alter. Warte mal, weißt du, was das heißt, dass ich fliegen gelernt habe? Ich wachse wieder. Hey, Junge Alpha, ich bin einfach ausgewachsen. Komm, Alter, du hast fliegen gelernt. Ja, ich habe... Du musst dich jetzt rüberliefern. Pinkro wartet schon. Kann ich mein Zeug mitnehmen, meine Waffen und so? Ey, du klick in die Kiste, bitte. Hä, warum denn? Die sind so cool. Jo, jetzt rein damit, alles. Ja, Warte, ich lege alles in die Kiste rein. Oh, kann ich das aber später wieder alles abholen, bitte? Äh, ja. Aber Leute, wo gehen wir jetzt hin? Ich bin so gespannt. Ich will jetzt endlich mal sehen, wie Alpha sein Geld verdient. Das wollen wir ja jetzt erzählen. Okay, Alpha, Warte, ich komm, ich laufe hinter. Was geht? Ey, jetzt erzähl doch mal, jetzt sag doch, ich bin so gespannt. Ich bin doch jetzt ausgewachsen, Mann. Ja, bitte nicht wegrennen, bitte nicht wegrennen. Hä? Ja, wo geht's hin? Jetzt, wir verdienen Geld, aber mit was? Wie? Wie machst du das? Sag doch, sag doch, sag doch. Junge, wir sind schon fast da. Wir sind schon fast da, wirklich. Sag, Alpha. Es ist auch schon da vorne. Wir machen das jetzt. Echt? Ja. Ja, da sind wir auch schon fast. Die Kuh kommt auch mit, Ente, komm. Was geht, Kuh? Ey, ich bin so gespannt. Kuh muss für uns beide hingehen. Wir müssen erst mal beide rein. So, komm, Kuh. Hä? Was machen wir hier? Ey, Kuh geht rein. Warte, ich stoße dich rein. Stoß dich rein, bitte. Warte, Ente, geht da nicht durch die Tür durch. Oh nein, nicht zu dick. Hä? Okay, perfekt. Ja, was jetzt? So, Pedro, ich hab dir das gebraucht, was du brauchst. Was denn? Hä? Eine frische Ente und ein fertiges Kalb. Weiter erwachsen. Was geht hier ab, Leute? Was sagt der da? Äh. Alpha? Wie viele Diamanten krieg ich jetzt dafür? Leute, ich glaub, der hat mich gerade an Pedro verkauft. Aber warum? Ich soll ja nicht arbeiten. 64 Diamanten. Was? Oha. Du bist eine gute Ente. Wirklich, du weißt ja so. Was hast du gemacht? Alpha? Hey. Kannst du auch ein Ei legen, bevor du abhaust? Was ist ein Ei? Nein, ich kann kein Ei legen. Ich bin ein Mann, Alter. Oh, danke. Habt ihr bekommen? Gut. Hä? Leute. Äh. Ich hab echt Angst. Ich muss euch hier. Ich werde ich weitergerufen. Kann ich hier raus? Ich muss die Fenster kaputt machen. Ich muss hier raus. Ähm. So, Pedro, ich möchte viel Spaß. Ich hoffe, der Müller wird gut schmecken. Ich werde die natürlich auch probieren. Ich muss weg, Leute. Ich flüchte lieber. Was geht? Äh. Alpha darf ich nicht erwischen. Ich glaub, der will eben die Chicken Nuggets aus mir machen. Hä? 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 Hey, bleib steh. Ich hab dich verkauft. Hilfe. Hilfe, Leute. Nein, das klappt mir einfach. Hilfe. 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 Hilfe doch jemand. Bitte das. Alpha, das hinter mir her. Ich glaub, der will mich aufessen. Ich hab dich verkauft, Mann. Komm jetzt her. Nein. Oh, Leute. Oh, Leute. Das ist einfach wie mir erwachsen geworden. Ich werde einfach gerade von Alpha grillen. Was soll das? Dann bringe ich dich halt gebraten zu, Pedro. Ich bin egal. Oh, nein. Das ist mein Haus. Warte, komm ich da rein. Komm ich da rein? Warte, lass die Tür auf. Lass die Tür auf. Die versteckt mich jetzt mal in meinem Zimmer. Oh, wenn der mich findet, der kriegt mich sofort. Bitte, bitte. Alpha, find mich nicht. Bitte, find mich nicht. Bitte, find mich nicht. Bitte. Oh, Leute. Das Feuer. Ich glaub, es ist vorbei. Ich muss auf die Terrasse. Oh, nein. Ich komm nicht mehr raus, glaub ich. Alpha. Nein, bitte. Nicht verbrennen. Aua, aua. Du bist jetzt erwachsen. Wir müssen dich jetzt leider... Ah. Oh, nein, Leute. Auf jeden Fall, Leute. Lasst einen Like da. Lasst einen Abonnenten. Wenn euch das Video gefallen hat, schaut beim Leben einfach vorbei. Link ist der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.